Wir sind seit fast einem Monat hier und wir haben es bisher gesagt, immer selber zu kochen. Und heute ist es das erste Mal, dass wir essen gehen, weil wir es beim Ortsak haben. Guten Morgen! Unser letztes Video ist jetzt schon eine Woche fast her. Wir haben auch eigentlich nicht wirklich was gemacht. Wir haben uns auf jeden Fall gestern ganz spontan dazu entschieden, unsere ganzen Pläne über Bord zu werfen. Und haben einfach die Fähre gebucht. Eigentlich wollten wir noch fast einen Monat hier bleiben. Ja, jetzt fahren wir halt schon hoch. In einer Stunde geht es schon los. Und dann sehen wir uns in Berlin wieder. Ja. 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 Da haben wir doch unsere Ziele. Da haben wir doch unsere Ziele.